Leverkusen spielt ähnlich wie damals und wir schon ein bisschen anders und dann war der Vega dort offensiv eingesetzt und Karim hat da auf der 6 gespielt und da haben wir ein paar Sachen da nicht so gut hingekriegt und da muss ich einfach sagen, wenn wir jetzt nicht so gut drauf sind am Tag und Leverkusen ist ordentlich drauf, dann kannst du froh sein, wenn du nur zwei kriegst, normal kriegst du dann 6 von dem her. Normale Niederlage im Rahmen mit einer Leistung, die nicht gut war. Ist das Stammtisch dann, wenn man sagt, das motiviert uns jetzt vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr, um zu zeigen, ob gegen die können wir auch gut sind? Ich habe nichts gegen das Stammtisch, aber das motiviert uns nicht mehr, weil wir sind eh motiviert. Also über solche Dinge motivieren wir uns nicht. Die greifen nicht bei den Jungs, wenn ich jetzt denen das sagen würde.